Submerged, Folge 4, willkommen zurück. Ja, unser Gesundheitszustand ist immer noch nicht besser geworden. Und wir sind immer noch hier auf dem Hotel. Erkunden immer noch dieses Hotel hier. Das Wetter ist richtig schön geworden. Es ist richtig schöner, warmer Sommertag. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das wirklich so genießen können. Und dann, naja, je nachdem, was für eine Vergangenheit wir hier haben und was uns hier alles noch erwartet in dieser fremden Umgebung, man weiß es nicht. Und wir klettern das Gebäude wieder hoch. Und ich werde dieses Wort nicht sagen, wie das heißt, woran wir da hochklettern. Also es lacht hier durch wieder kaputt. So. So, und ihr erinnert euch, wir sind hier letztens lang geklettert. Und müssen natürlich hier wieder weiter. Zurück, denn wir müssen ja aus Dach des Gebäudes, um herauszufinden, ob wir da irgendwas haben für uns. Ob wir da vielleicht wieder irgendwas entdecken können. Wahrscheinlich haben wir dort eine super Aussicht, weil das Gebäude ist verdammt hoch. So, von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Ich meine ja. Ich glaube ja. Ich glaube, hier war... Und dann war hier... Genau, hier konnten wir hochklettern. Das hatten wir noch nicht gemacht. Deswegen geht es jetzt erstmal nach oben. Meine Güte, ist das atemberaubend. Das ist... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich muss einfach sagen, spielt es selber auch mal. Spielt es selber mal. Oder wie gesagt, wie ich letztens auch schon sagte in der letzten Folge. Genießt es einfach mit mir zusammen. Dieses tolle Spielerlebnis. Wow. Jetzt kann ich aber nochmal mit dem Fernglas gucken. Ah, guck mal einer an. Sehr schön. So, da haben wir noch was. Und zur Karte hinzugefügt. So, wir suchen weiter. Vielleicht... Vielleicht, wenn wir noch auf dem Dach sind des Gebäudes. Vielleicht entdecken wir da noch viel, viel mehr. Aber wir schauen erstmal. So. Wir müssen ja auch noch die Monumente finden. Monument. Ist da vielleicht irgendwas drauf? Ich glaube nicht. Da ist die Brücke. Da müssen wir übrigens auch noch hin. Das kann ich gar nicht erkennen, was es ist. Es sieht aus wie irgendwelche... Figuren oder so. Da war das Riesenrad. Da waren wir schon gewesen. Und da ist... Es sieht ein bisschen aus wie eine Spitze von einem Gebäude. Aber es kann auch was anderes sein. So ein Turm oder so. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Nein, Quatsch. So. Das ist eine sehr atemberobende Aussicht. Muss ich mal anmerken. So. Dann gucken wir mal. Wir konnten hier irgendwo raufklettern. Das weiß ich noch. Das habe ich gerade schon irgendwie gesehen. gehabt. Hier war das genau. Sehr schön. Hallihopp. So. So, da geht es auch rauf. Guck mal. Hier ist hier irgendwas. Da ist die Statue. Was ist das? Was ist das denn da hinten? Was ist das denn? Das sieht aus wie Scheinwerfer. Und ich glaube, da hinten auch. Kann es sein, dass in dem Bereich vielleicht ein Stadion oder sowas war? Da, wo die Statue steht in der Nähe? Werden wir vielleicht mal den nächsten Mal hinreisen. So, ich schaue erstmal drüben, bevor ich hier raufklettere. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ich hoffe natürlich, dass wir auch die Zeit haben, hier alles so zu erkunden und zu entdecken und nicht, dass irgendwie nachher dann so ein Bildschirm kommt, wo da auf einmal steht, ja, dein Bruder ist gestorben. Verhungert, verdurstet. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir da irgendwie Zeitdruck haben, weil... Ja, ich glaube nicht, dass die Entwickler sowas machen, weil man muss es echt genießen. Oh, da sind wir... Ah, Glühwürmchen. Juhu. Glühwürmchen. Glühwürmchen. Wow. Also, ich komme von dem... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme von dem... Genuss... Bekomme ich einfach nicht genug. Das ist so... Ja. Oh. Okay. Wow. Ah, hier geht's auch rauf. Okay. Hm, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wow. Die sind bestimmt giftig. Lalalala. So, ich werde mal versuchen erstmal... Moment, hier konnte man auch klettern, ne? Jetzt weiß ich gar nicht. Ich kletter erstmal hier rauf. Oh, da komme ich gar nicht rauf. Oder wie? Okay. Ah, da kommt man wahrscheinlich nur runter. Dann müssen wir doch da hinten lang. Und die Sonne geht wieder unter. Und strahlt rot. Und wir gehen so langsam wieder auf die Nacht zu. Die natürlich viel gefährlicher ist. Weil wir natürlich auch kaum was sehen. Und wer weiß, was uns nachts noch alles so erwartet. So, da kommen wir wahrscheinlich auch noch wieder runter. Das ist wahrscheinlich abkürzend zum runtergehen. Und hier ist natürlich ein Buch, was wir einsammeln werden. Und da sehen wir auch wieder, dass die Stadt grün wurde. Beziehungsweise die Pflanzen haben sich alles, die Natur hat sich alles wieder geholt. Was wir ja schon mal gesehen hatten. So, dann schauen wir mal. Wow. Wir bleiben mal auf der Höhe. Obwohl. Ne, wir müssen nach oben lang. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Und jetzt kommen wir nach oben. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Erstmal Vögel, die wegfliegen. Wow. Alter Schwede, ist das eine Aussicht. Da haben wir ein neues Paket. Aber ich habe ja gesagt, wir möchten in der nächsten Zeit jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Und kommen wir da irgendwie hin? Öh, hallo? Hoi. Uah. Nein, ich möchte das Paket nicht einsammeln. Kommen wir denn da drüben? Ich glaube, da drüben kommen wir gar nicht hin, oder? Aber da ging es doch auch rauf. Da irre ich mich da jetzt. Ich versuche mal hier runter. Ich schaue mal eben. Moment. Wie gesagt, ich möchte dieses Paket jetzt nicht böse sein, falls es wieder... Öh, du hast das Paket liegen lassen. Ich weiß. Ich möchte gerne... Ne, ich glaube, da kommen wir nicht rauf. Ich dachte, man könnte da irgendwie... Hallo? Ich dachte, man könnte irgendwie da rauf, aber das sieht nicht danach aus. Nein, ich möchte dieses Paket liegen lassen, weil, wie gesagt, ich möchte mit der Story noch ein bisschen warten. Also, das Spiel hat ja einen gewissen Gerad an Story ein bisschen. Nicht erzählerisch, aber, wie gesagt, halt, man sieht halt, wie die Story voranscheidet. Weil wir sehen auch, dass wir ein bisschen, ja, etwas an den Händen haben und an den Füßen, wodurch auch immer, weil wir hier erkunden. Und das möchte ich noch ein bisschen, ja, in der Hinterhand behalten und ein bisschen warten. Was uns da noch so alles erwartet in der Story. Deswegen möchte ich noch so ein bisschen die ganze Insel oder beziehungsweise die ganze Stadt noch ein bisschen erkunden. Bevor wir hier komplett Story-mäßig voranschreiten. Wir können ja zwischendurch mal wieder eine Story machen, natürlich. Aber ich möchte das Ganze... Oh, und das Wetter schlägt um. Das Wetter schlägt um und wir sind in Richtung Boot unterwegs und das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das vermag nichts Gutes heißen. Überhaupt nicht. So. Und wir müssen weiter runter. Denn das Gebäude war ja so hoch gewesen. Natürlich geht es jetzt erstmal nach unten. Und rüber. Aber es regnet nicht, sondern es gewittert nur. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Dass es auch mal, ja, nicht nur Regen und Gewitter, sondern auch mal nur Gewitter gibt. Und mit Donner. Dass halt, ja, nicht nur eine, ja, eine Wetterbedingung gibt, sondern verschiedene. Und es gewittert zwar, aber ist, ja, gut, ein paar Tropfen fallen, aber mehr auch nicht. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Wie gesagt, für ein Indie-Game ist das schon sehr, sehr beeindruckend gemacht. Und ich hoffe, die See ist nicht rau jetzt irgendwie durch das Wetter. Wir rutschen weiter runter. Zu unserem Boot. Wo wir natürlich wieder einsteigen werden. So. Und die haben alle, sogar die Tiere, haben alle irgendwie so grüne, leuchtende Punkte auf ihren Flügeln und alles. Und das macht mir ein wenig Sorgen. So, ich glaube, in die Richtung waren wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Wenn ich das, wenn ich das auf der Karte richtig sehe, ja, das müsste, die Richtung müsste das sein. Da haben wir ja ein paar Sachen entdeckt. Dann werden wir mal versuchen, was zu erkunden wieder hier. Wow. Sogar die Rochen, die leuchten im Dunkeln. Was ist hier los? Auch die Delfine leuchten. Oh, hier haben wir etwas. Ein Boot Upgrade. Drei von 26 haben wir gefunden. Damit fährt mein Boot länger schnell. Ja, nein. Ich, äh, habe ich ja schon mal gesagt in einer Folge. Ich möchte das nicht, weil, wie gesagt, ich möchte das doch gerne genießen. So, was haben wir denn da? Wir haben da oben ein Schild. Epoche 2, jetzt können wir natürlich, jetzt können wir natürlich mutmaßen, was es bedeutet. Ob es vielleicht ein neuer Kinofilm war früher. Oder halt vielleicht doch was zu tun hat mit der Situation, die hier war. Oh, eine Bücherei. Ob wir da raufkommen werden. Ich schaue mal auf die Karte, ob wir hier... Ja, da oben sind auf jeden Fall Items. Da werden wir mal versuchen, raufzuklettern. Da können wir andocken. Ui! Vielleicht gibt es etwas, was ich gebrauchen kann. Runhold. Gedenkbibliothek. Eine Gedankenbibliothek. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, okay. Ah, jetzt können wir an den Blumen hochklettern. Das ist natürlich auch sehr interessant. Das ist mal was Neues. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, wir müssen hier weiter klettern. Ich glaube, ich weiß, wo uns das hinführt. Oder zumindest hatte ich gerade da so eine Dachrinne gesehen oder so eine Wasserrinne. Aber da klettern wir doch nicht hoch. Ich dachte nur. Ich glaube, ich könnte diesen Pflanzen nicht trauen und mich nicht da dran hangeln. Ich glaube, die würden mich nicht aushalten. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das wäre nichts für mich. So, hier könnten wir auch runter und rum. Und da kommen wir nach oben, ne? Ich glaube, dann werde ich erstmal unten lang gehen. Pflanzen, die wuchsen. Kann das vielleicht sein? Pflanzen, die wuchsen? Man weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal hier lang gehen und mal schauen, ob wir hier vielleicht noch was anderes finden werden. Weil da kommen wir ja wahrscheinlich auch rauf. Es gibt anscheinend mehrere Wege. Ah, okay. Ah, Moment. Hier wird es, glaube ich, ganz rauf gehen. Oh, der Mond. Deswegen möchte ich doch lieber gerne erst da drüben rein. Wenn das geht, komme ich denn da so rüber? Geht das? Geht das gar nicht? Ja, sehr schön. Dann spare ich mir den Weg jetzt wieder runter. Ob man da hinten auf das Gebäude draufkommt, da bin ich sehr gespannt. So, jetzt werden wir mal hier in diesem Ausbruch, wo wahrscheinlich Godzilla durchgelaufen ist. Alter, sieht das geil aus. Alter Schwede. So, ich hole noch mal eben das Fernglas raus und schaue mich noch mal ein bisschen um. So, das haben wir schon. Na, ob man da rauf kommt. Und wir werden sehen. Wir werden sehen, wie weit wir in diesem Let's Play kommen werden. Was wir alles entdecken werden. Und jetzt wieder eine gefährliche Situation, die wir aber sehr souverän meistern. Und dann geht's natürlich erstmal wieder weiter nach oben. Okay. Okay. So, jetzt mal schauen. Da kamen wir auch nach oben. Aber da kamen wir auf einer Zwischenetage. Ich dachte, wir kommen... Was hat sie jetzt gesagt? Sie hat irgendwas gesagt. Irgendwas geschwafelt. Ich weiß jetzt nicht, was... Da kamen wir auf jeden Fall einfach an der Zwischenetage, so wie hier auch. Ich glaube, wir müssen dann doch noch mal rüber gleich. Leider. Obwohl, was heißt eigentlich leider? Das stimmt nicht. Ich feiere das ja gerade voll. Und ich mag's auch mal, diese Ruhe. Also, wenn mal keine Musik läuft. Obwohl ich ja diesen Soundtrack sehr geil finde. Sehr atmosphärisch auch. Passt zum Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag auch diese Ruhe zwischendurch. Und da haben wir ein neues Buch. Und die Hochhäuser sind begrünt. So wie wir es hier sehen. Und ja. Wir schauen erstmal hier. Ich glaube aber, hier kommen wir, glaube ich, ganz nach oben, ne? Oder? Ich glaube ja. Wie gesagt, ich möchte nichts verpassen. Das ist das ja. Aber ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Erstmal schauen. Wieder eine statische Kamera. Vielleicht kommen wir ja von der Seite auch da hinten runter. Wir müssen mal gucken. Und ich höre schon wieder ein Überlebenspaket. Piepen. Was mich natürlich erstmal so gar nicht interessiert. Nein, du sollst... Na, na, na. Ich will doch mal hier runter gucken. Verdammt. Huch. Hallo. Mal das Fernglas rausholen. Ob wir vielleicht noch was entdecken. Weil wir haben ja noch ein bisschen... 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 Sag mal. Ich glaube es ja wohl. Hier wäre wieder ein Überlebenspaket. Aber ich... Äh... Ich habe auch gerade ein wenig die... Oh, kommen wir da rüber? Geht das? Boah, da bin ich sehr gespannt. Und... Okay. Und es fängt wieder an zu regnen. Und es ist Nacht immer noch. Ich höre irgendjemand lachen. Wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das... Oder ob ich mir das einfach nur wieder einbilde. Wie es immer so ist. So, ich gehe trotzdem nochmal zurück. Weil wir ja hier, wie gesagt, das Überlebens... Dingen haben. Und das war nicht ganz oben. Ich vermute, dass wir... Vielleicht... Doch noch nach oben kommen werden. Ganz nach oben. Auf der anderen Seite vielleicht. Hui. Hui. So. Das heißt, wir müssen doch erstmal nochmal rüber. Und versuchen uns dort durchzuschlagen. So. Dann gucken wir mal. Wir haben für sie auch noch keinen Namen, ne? Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal ihren Namen erfahren auch. Ich glaube, Taku hieß glaube ich jetzt der Bruder. Soweit ich das jetzt in Erinnerung noch habe. Taku war das, glaube ich. Vielleicht heißt sie Takika oder so. Keine Ahnung. Und ganz vorsichtig über die Holzplanke. Uh. Boah, ich würde mich so in die Huse kacken. Vielleicht da langlaufen müsste. So. Und jetzt gehen wir natürlich erstmal rüber. Und schauen, was uns dort erwartet. Und so langsam wird es wie der Tag im Spiel. Na. So. Allihop. Und dann nach oben. Sehr schön. Und da wären wir auch schon oben, wo wir... Uah. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe gedacht, was kommt denn da aus der Wand? Alter Schwede. So. Hupp. Und die Sonne geht so langsam wieder auf. Wir husten natürlich, weil wir wieder... Beziehungsweise sind immer noch krank. Haben uns irgendwas weggeholt. Und die Häuser sind noch mehr begrünt. Ja. Und oh mein Gott. Ich würde sagen... Ja, wieder mal mit diesen schönen Bildern... Möchte mich einfach mal bei euch verabschieden. Von Submerged. Und wir sehen uns in einer weiteren Folge. Dann versuchen wir das Haus noch weiter zu erklimmen. Und müssen mal gucken, ob wir vielleicht am seidenen Faden... Über das Haus klettern können. Also. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao.